Dann tut sich die volle Pracht auf. So schaut das dann aus und das hat mich inspiriert, die Namensgebung vom Preis. Er trifft sich wirklich gut, flankiert von den schönsten Türmen. Das bedeutet auf das offene Rathaus. Da findet jeder Platz und Schutz darunter. So schaut das aus. Perfekt. Und ich hoffe, dass das vielleicht in Tradition auch von den Weidhofen angenommen wird. Ich habe absichtlich diese beiden Portale genommen, die Tradition auf der geschlossenen Seite und das neue, moderne, das zukunftsweisende, das Portal des offenen Rathauses. So und wir haben diese Geschichten auf Zuckerfolie geklebt, also übertragen, ganz eine neue Technik, eine Zucker- und Lebkuchenhäuser draus gemacht. Und natürlich, wie es bei den Künstlern ist, kurz vor Weihnachten erst haben wir gesagt, spät, aber hoffentlich gut. Wir sind auch hier ganz frisch. 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 Wir sind auch hier ganz frisch.